Hallo, in diesem Video nur ganz kurz gezeigt, eine bessere und billigere Alternative zum klassischen Raspberry Pi. Der Pi war jahrelang die billigste Möglichkeit, einen Computer zu bekommen, der auf der einen Seite wenig Strom verbraucht und trotzdem auf der anderen Seite noch jede Menge Power hat, um zum Beispiel Serverdienste laufen zu lassen. Deswegen haben wir daraus auch eine komplette Serie von Videos auf YouTube gemacht, welche sich nur um die Projekte kümmert, die man mit einem Raspberry Pi verwirklichen kann. Und da ist natürlich das sehr beliebte Pi-Hole auch nur eines dieser Projekte. Diese Pies, die sollten eigentlich so um die 40 Euro kosten. 35 Dollar sagt man da immer, aber das ist ja netto. Insoweit bei uns so ungefähr 40 Euro für das Grundmodell. Und das wäre derzeit der Raspberry Pi 4 mit 2 GB RAM. Derzeit kosten die Teile allerdings eher das 3- bis 5-fache, von dem es eigentlich angepeilt war. Deswegen also jetzt hier einige Möglichkeiten. So, ich bin jetzt einfach mal zu Amazon.de gegangen und habe dort gesucht nach Raspberry Pi 4, wie gesagt, das aktuelle Modell. So, und wenn wir jetzt da ein bisschen nach unten scrollen, also die ersten Teile, die hier gesponsert werden und deswegen nach oben gespult werden, auf unseren Suchtreffern, die können wir natürlich ignorieren. Aber wir haben jetzt hier den Raspberry Pi 4, 4 GB. Das ist das mittlere Modell von den dreien. 2 GB, 4 GB, 8 GB ist das, was derzeit aktuell ist. So, und da haben wir also jetzt hier diesen 4 GB Pi. 152 Euro oder machen wir mal 150 drauf, aber damit läuft der ja noch lange nicht. Was wir ja auf jeden Fall noch brauchen, ist noch eine Micro-SD-Karte. Rechnen wir dafür mal 15 Euro. Und jetzt brauchen wir noch ein ordentliches Netzteil. 3 Ampere muss das Teil schon bringen. Da sind wir nochmal dran mit 15 Euro, wenn man ein Gutes haben möchte. Und deswegen sind wir in Wirklichkeit hier bei 180. So kommen dann auch im Grunde hier diese Teile zusammen. Das ist dann noch jede Menge mehr Kram dabei, den man nicht unbedingt braucht, aber trotzdem. Also, 180 für das mittlere Modell. So, von der Power her unterscheiden die sich natürlich nicht, nur eben vom RAM-Speicher. Das ist jetzt hier der Pi mit 200, wenn ich jetzt das Gleiche... Ne, der hat das schon alles dabei. Der hat Netzteil dabei, SD-Karte, 32 GB, 200 Euro haben wir hier. So, hier kriegen wir, was ist das hier für einer? Der hat auch das 8 GB, der ist nochmal 5 Euro billiger. Also, runden wir mal auf, 200 Euro oder so 180. Wir finden bestimmt auch noch irgendwo das 2 GB Modell. Ja, das haben wir hier. Für 123, hier auch nochmal, hauen wir nochmal 20 Euro drauf, sind wir bei 140 Euro für einen 2 GB Pi. Sie merken sich jetzt einfach nachfolgend Ihren jeweiligen Preis gemessen an dem Projekt, das Sie da eventuell durchführen wollen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, ich bräuchte eigentlich jetzt nur einen Rechner für ein sogenanntes Pi-Hole und sonst ganz sicher gar nichts. Auch künftig nicht. Gut, dann wäre jetzt eben ungefähr die 140 Euro von hier, weil dafür reicht der 2 GB Pi absolut aus. Wer jetzt sagt von wegen, ja, aber wenn ich ihn schon mal habe, ein bisschen Docker, die ganzen Container, einen VPN-Server draus machen, einen Media-Server. Warum denn nicht? Ich will mir die Möglichkeiten nicht verschließen. Ja, da sollte es natürlich dann schon den 4 GB Pi sein oder den 8 GB Pi. In dem Fall einfach den entsprechenden Preis merken. So, und danach eben nochmal bei Amazon habe ich das gemacht. Das funktioniert bei vielen anderen Händlern natürlich ebenfalls. Direkt mal genannt, soll da einfach mal notebooksbilliger.de sein. Ich glaube, die haben auch sogenannte Refurbished PCs oder Thin-Clients im Angebot. Nach denen habe ich jetzt hier gesucht. Und wenn ich jetzt mal mich hier nach unten durchkämpfe, da finde ich zum Beispiel hier diesen Fujitsu S Primo. Der hat eine 240 GB SSD-Platte drin. Das wäre also das Äquivalent zu der SD-Karte vom Raspberry Pi. Nur eben hatten wir gerade einen mit 32 GB. Der hat jetzt hier mal locker das Zehnfache dabei. Der hat 8 GB RAM dabei. Das ist schon mal ziemlich gut. Gut, er kommt noch mit einem albernen Windows 10 daher, aber das kann man sich natürlich in die Tonne treten. So, wichtiger wäre jetzt hier, gut, die Geschwindigkeit der CPU ist ebenfalls schneller als beim Raspberry Pi. Ich habe jetzt auf die Schnelle allerdings nicht den Überblick, wie viele Kerne dieser Core i5 hat. Ich nehme an, er hat mindestens 4. Das wäre dann gleichbedeutend mit dem Raspberry Pi 4. Gut, ich denke mal 8 Kerne hat der nicht. Kriegen wir aber natürlich auch, wenn wir denn teurer werden, denn derzeit kostet das hier alles nur 102 Euro. Da ist die Platte drin, wir brauchen keine SD-Karte mehr, also der Preis entfällt. Und da ist das Netzteil mit dabei. Also das ist der Endpreis mit 100 Euro. Wir haben einen Rechner mit 8 GB. Eben hatten wir den Pi mit ungefähr 200 Euro, 190 Euro. Ist also hier auf jeden Fall billiger. Mit der Hardwareausstattung habe ich natürlich auch die Möglichkeit, überhaupt keinen Linux draufzupacken, sondern zum Beispiel einen Proxmox draufzupacken. Dazu haben wir ebenfalls schon eine ganze Serie von Videos gemacht. Dann kann ich dort mit virtuellen Maschinen arbeiten und mir die anderen Vorteile auch noch erschließen, die man jetzt vielleicht mit Docker noch nicht direkt bekommt. Natürlich, für all diejenigen, die es genau wissen wollen, ich kann natürlich auch Windows 10 drauf betreiben, wird natürlich auch gehen. Der Vorteil, beziehungsweise das Einzige, was ich jetzt hier noch prüfen würde, wäre, okay, 8 GB kann man das eventuell bei Bedarf nachrüsten, denn das geht auch bei einigen Rechnern. Das sind nämlich im Grunde alles nur kleine Rechner. Die kann man öffnen und wahrscheinlich liegen dann dort die RAM-Bänke frei und kann man dann eben die Module rausnehmen und eigene Module reinstecken. Geht bei einigen. Ob es jetzt genau bei dem geht, weiß ich nicht. Gut, wie gesagt. Also, das war jetzt hier mal den ersten, den wir gefunden haben. Die Rechner, das sind alle gebrauchte Rechner, die sind aber von einem Unternehmen professionell wieder aufbereitet worden. Oftmals wird die Festplatte ausgetauscht, weil die eben, die originale Platte hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel gehabt und dann ist die dann ausgetauscht worden. Das steht teilweise auch mit dabei. So, und bei dem, wenn wir den hier kaufen, haben wir natürlich dann auch ein Jahr Garantie und so weiter und so fort. Gut, also kämpfen wir uns hier weiter durch und wir suchen uns jetzt einfach unseren Rechner. So, was haben wir jetzt hier? Da haben wir einen von Lenovo. Ich fahre den mal hier hin, denn wo haben wir denn hier die Prozessor? Die Prozessornummer habe ich hier nicht. Ich sehe aber an dem 6500, dass das auch ein i5 ist. Gut, steht auch davor, aber der ist nochmal besser. Gut, kostet auch 20 Euro mehr oder 25 Euro mehr. Die Platte scheint ein bisschen größer zu sein, aber das kann man vernachlässigen. Aber auch 8 GB. Da würde ich jetzt eben schauen, so nach dem Motto, kann ich einen von den beiden eventuell erweitern, wenn ich es denn brauche. So, jetzt sind wir bei 125. Was haben wir hier? So, hier haben wir dann zum Beispiel einen, der hat schon 16 GB. Also jetzt kommen wir schon richtig in die Profi-Schiene rein. Der hat vier Kerne, 4,95 von dem i5. 4,95, was hatten wir hier gerade? 6,5. Das würde bedeuten, der Rechner ist zwei Jahre aktueller. Wenn ich das hier mit der Nummer so richtig überblicke. Der hat hier die 4 vorne, der hat die 6. Ich nehme mal an, die 6 ist nicht die Jahreszahl, aber eben die Versionszahl, könnte man sagen. So, aber trotzdem halt, der hat nur 8 GB. Wenn ich die erweitern kann, okay. Wenn nicht, kann ich auch den hier nehmen. Gut, eine 500 GB Platte ist nochmal größer. Ich denke mir mal, das Ganze ist klar geworden. Hier kann man sich seinen Rechner raussuchen. Und dann ist man eben zum halben Preis dabei. Wenn man dann eben, ich sage jetzt mal, den Pi mit 8 GB anpeilt, weil man mehrere Dinge machen will. Wenn man jetzt sagt, ich brauche den absolut tiefsten Preis, der möglich ist. Gut, ich habe ja noch ein paar andere Geschichten geöffnet. Ah, die habe ich ja gerade angesprochen. So, der tiefste Preis, da kann man das Ganze nämlich auch bei Ebay mal überprüfen. So, das Anfang, das sind wieder, das ist Werbung, Werbung. So, hier haben wir jetzt einen Fujitsu Futru S920. 4 GB RAM, und das ist die mittlere Geschichte von unseren Raspberry Pis gewesen. Der hat aber nur eine 8 GB SSD. Also damit kommen wir nicht weit. Aber den gibt es halt zu schießen für 40 Euro. Da läuft ein Piehole drauf. Überhaupt kein Problem. Keine Rakete, mit der man, abgesehen vom Piehole, da läuft auch noch ein VPN-Server drauf. Aber irgendwann wird es natürlich knapp. Aber das würde gehen. Das kriegen wir bestimmt noch unterboten. Hier, den 720er. Wie gesagt, ich sehe jetzt auf die Schnelle hier nicht. Ah, nee, der hat keine Festplatte dabei. Dann lassen wir den weg mit 19 Euro. Der hat kein Netzteil dabei. Das lassen wir weg. Inklusive Fuß- und Netzteil. Okay. 2 GB RAM. 2 GB SATA. Okay, da passt nur ein Piehole drauf. Gut, aber für 17 Euro. Ist da noch irgendwo ein Trick dabei von wegen uns 712 Euro Versandkosten? Ich sehe nichts. Aber darauf muss man natürlich bei Ebay dann auch noch drauf achten. Aber trotzdem hier, 17 Euro. Also billiger kommt man nicht mehr an den Piehole. So, was haben wir hier? 1,5, 4 GB, 16 GB RAM. Nee, 16 GB ist die SSD. 4 GB HD. 99 Euro. Na gut, da würde mir das Modell eben hier bei Amazon besser gefallen. Dann haben wir hier noch einen HP für 40 Euro. Der hat, eben hatten wir glaube ich einen, der hatte keine Platte dabei. Der hat jetzt 16 GB Flash-RAM dabei. Aber nicht RAM, sondern eben quasi als Platte. Und er hat 4 GB RAM. 2 GHz ist die Taktgeschwindigkeit. Wie viele Kerne der jetzt hat. Wie gesagt, kann man reinschauen. Für einen Raspberry, für ein Piehole. Man hat auf jeden Fall zu viele Kerne. Könnte man sagen. Also, das ist der Trick mehr oder weniger an der ganzen Geschichte. Wir können uns einen günstigen Rechner schießen. Der hat vielleicht schon 7, 8 Jahre auf dem Buckel. Läuft aber immer noch absolut rund. Weil den Rechnern kann nicht groß was passieren. Die können sich nicht überarbeitet haben. Die waren wahrscheinlich in irgendwelchen Arztpraxis- oder Steuerberaterunternehmen aktiv. Sind dann dort ausgetauscht worden. Das sind die sogenannten Refurbished PCs. Also, das würde ich als Alternative empfehlen. Für all diejenigen, die sagen, ich will jetzt auch mal ein Piehole haben. Dann eben hier ganz unten stapeln. Und für diejenigen, die sagen, na gut, wenn ich schon mal mit dabei bin. Und ich war immer noch irgendwie die Hälfte gegenüber einem Raspberry Pi. Und habe mehr Ausbaumöglichkeiten. Ja, dann hole ich mir eben einen hier oben für 100, 120 Euro. Ist also ganz einfach. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020